Leben in der Genossenschaft. Familiär und fair. Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft. Es ist so schön warm und gemütlich. Endlich kann man mal schön die Ruhe genießen. Miau. Das würde ich auch gerne. Miau. Och, was ist denn los Muschi? Dir geht es wohl nicht so gut. Ich war gestern auf dem Fischmarkt. Miau. Auf dem Fischmarkt? Was schön. Hatte ich einen Glühwein getrunken. Und jetzt? Jetzt hatte ich einen Kater. Miau. Och, Mensch. Ich mache dir doch eine warme Milch. Warme Milch hilft. Warum willst sie du denn nicht? Ich habe eine Laktoseintoleranz. Miau. Na, Milch bleibt länger haltbar, wenn man sie in der Kuh lässt. Ach, hör auf. Brauchst du Schlagsahnen, musst du Kühe schütteln. Miau. Ach, wer kommt denn hier? Backe, Backe, Kuh. Oh, guter Backe hat gerufen. Ja, riecht so gut. Ja, Norbert geht gerade in die Küche. Was der da wohl treibt, das sehen wir nächste Woche. Bis dann. Miau. Ich pflege dich schon schön gesund. Leben in der Genossenschaft. Familiär und fair. Wohnungsbaugenossenschaft Zukunft. Musik Tocke, Tocke, Kuchen, Tocke, Kuchen, Tocke. Oh. Der Gegenkopf. Das ist so ein Tröhn. Hallo. Jetzt reiß ich zusammen. Ja, mit deinem Löffel. Verlieben. Ha, ha. Was ist hier drauf? Jetzt lieg ich lange. Schifferst jetzt. Ruhig braun. Caridio Image und Eventfilm Produktion Untertitelung des ZDF, 2020